Ach du liebes Wissen. Diese Steuerung ist echt manchmal zum Mäusenmelken. Sooo. So. So. Geschafft! Sehr schön! Wie viele? Weiß ich doch! Oh! Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht! Okay, hier ist mal gar nichts. Das ist schon gut zu wissen. Da anscheinend auch nicht. Na toll, also so geht es schon mal nicht. Das heißt, wir müssen doch die schnelle Variante nehmen. Ich hoffe, dass es hier voll ist. Das war schon ein... Fehler, 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 Fehler! Keine Fehler da! Keine Fehler da! Keine Fehler da! Keine Fehler da! Du hast auch keine Fehler! Okay! Wie soll das denn gehen? Wie ist das, wie wir am Anfang waren? Das hat sich ja voll gelohnt. Wegen 5 Münzen. Na gut, wer zählen wir uns mit Patchy. Das hat sich dann schon gelohnt. Die Rexturmünze hab ich auch nicht gefunden. Oh, doch! Doch, Spind, die habe ich gefunden. Nee, 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 das war ein Schaltspiel. Das war ja ein Schaltspiel, Daranlax, genau. Was mir jetzt aber wirklich noch fehlt, sind die anderen kleinen Schweinchen. Das waren vorher vier, soweit ich weiß. Dann suchen wir noch mal ein bisschen. Was wir hier noch übersehen haben können. Da war ich schon oben drauf. Den Automaten habe ich auch schon. Den auch. Da war ich auch Schneeball drin. Fehlt mir eigentlich noch irgendein Geist? Die Geister habe ich alle bis auf den Vielfraß. Der fehlt mir also auch noch. Der fehlt mir also auch noch. Ich muss mich beweisen. Moment, du bist der Kerl, der Leute für das Labo kutschiert. Wie wärs? Tust du mir einen Fall? Erster Sahne, Kumpel. Hier ist mein Hinweis. Warn in den Weg. Stürm tapfer vor. Bring mich in den Casino-Tresor. Wo war der denn? Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ich bin falsch geflogen. Ich bin falsch geflogen. Ich bin falsch geflogen. So stark, das war eine Gefahr, ist nur gut, ist meine Wille nicht, ist in Ordnung. Jetzt müsste ich eigentlich alle Schweinereien haben. Wenn der Kleiner gefüttert werden will, müsste er in Ordnung sein, wenn der Kleiner gefüttert muss rein theoretisch ziemlich weit oben sein. Sei denn, es ist eine Pflanze, wenn man gut rankommt. Das ist eine Pflanze, wenn der Kleiner gefüttert wird. Seine Pflanze Das ist eine Pflanze, wenn der Kleiner gefüttert wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ok, scheint er nicht zu sein 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 Hm, das ist also auch nicht Ok, scheint er nicht zu sein Wo ist der Geist? 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 Wo ist der Geist?